Hä, was ist das? Baystation, Hilfe! Wir gehen... Wohin gehen wir denn? Die Gegend hier gefällt mir alles nicht so... Gehen wir auf die Spitze! Ja okay, da gehen halt alle hin, aber können wir machen... Ist das wohl? Ja, da gehen die richtigen Schwitzer hin. Mein Ernst? Wir gehen hier hin, wo nichts ist. 3, 2, 1, go! Schatz, was sind denn richtige Schwitzer? Schwitzen die? Ja, die sweaten. Sweats. Was sind das für Leute? Suchen die Stress? Ja, die sind richtig krank unterwegs und du hast keinen Bock gegen die zu kämpfen. Kannst du mir glauben. Schatz, hier diese lila Waffe. Ah ja, mhm. Aber nicht die Waffe hier nehmen, die hier liegt. Ne, ne, ich nehm noch kein Jagdgewehr, Schatz, ich bin doch nicht doof. Das ist ne Shotgun. Okay. So, ich wollte grad sagen, da müsste jetzt unser Loadout kommen. Jetzt können wir eh die Waffen alle wieder wegwerfen und unsere Waffen nehmen. Da ist ein zweites Loadout, das heißt es sind Gegner relativ in der Nähe, die jetzt auch hier hinkommen werden. Dann müssen wir uns halt beeilen. Ja. Könnten jetzt noch Assi sein und deren Loadout abcampen, weil die jetzt jeden Augenblick kommen werden und sich das Loadout holen wollen. Und dann machen wir sie weg. Können aber auch einfach weiter gehen. Weil das auch schon ein bisschen Assi ist. Okay, ich wusste nicht, dass es hier ne Etikette gibt. Ich find schon. In meinen Augen gibt es hier ne Etikette. Das gehört dazu, äh, zu Sachen, die man nicht so macht. Shot, springen und dann Fallschirm aufmachen. Aber wieso denn? Das ist doch voll auffällig. Ja, aber du bist tausendmal schneller. Ja, gut. Hallo. Hallo. Hast du Sniper-Munition? Acht, ja. Oh, die würde ich nehmen. Dankeschön. So, und du kriegst von mir leider nichts, weil ich leider nichts habe. Na toll. Da hinten, warte. Ah, da. Ja. Going in. Ja. Oder? Ja, ja. Ist genau richtig. Und da kommt auch einer runter. Da gehen wir jetzt mal hin. Da seh ich sie. Ab einen. Die hocken in diesem Holzding drin. Schieß da mal ein bisschen hin. Ja, einer rennt weg. Oh, fuck. Was denn? Äh, hier schießt einer auf mich. Komm mal schnell runter. Fuck. Eieieiei. Dein Kumpel ist weggerannt anscheinend. Es waren leider solche, die sich hier jetzt irgendwo verstecken würden. Der hockt eventuell irgendwo im Gebüsch. Oh, da ist er. Ich hab ihn nicht gekriegt. Da, mach ihn weg. Der ist nicht gut. Du kannst... Mach ihn weg. Du schaffst das. Der ist nicht zu stark. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Doch, doch. Hast schon nachgeladen. Ruhig bleiben und wenn er raus guckt, drauf schießen. Begib dich nicht ein... Wenn du dir nicht sicher bist und so, zieh dich eher ein bisschen zurück. Du hast nur noch 20 Schuss. Wo ich gestorben bin. Waffe wechseln jetzt. Waffe wechseln weg da. Umdrehen, damit er dir nicht rücken schießen kann. Ja, wo soll ich jetzt hin? Ich komm wieder. Hinter dir. Fuck. Ab. So. Äh... Ich mach mal das hier, weil jetzt eventuell... Okay, es sind erstmal keine Gegner in der Nähe anscheinend. Wir gehen mal hier hoch wieder. Da sind wir ein bisschen sicherer als hier unten. Rechts von uns, die kommen in unsere Richtung. Noch ein Ping. Jupp, da. Können wir so ein bisschen von hier oben vielleicht wegholen. Jetzt sehen wir sie. Siehst du sie? Ah ja, ja. Junge. Der ist halt immer hinter einem Baum für mich. Der eine ist tot. Der andere ist hinter dem Stein. Hinter dem Stein, ja. Siehst. Der... Also ich weiß, wo er ist. Ich sehe ihn nicht. Ja, jetzt chillt er da sein Leben, oder was? Ja, anscheinend. Haben wir irgendwas zum Werfen? Ja. Da kommt ein Auto. Dahinten kommt auch noch einer. Seh nicht mal von... da. Der hat sich nach da unten verpisst. Der enemy ist hier. Ne, doch nicht. Der ist immer noch da, ein Stein. Ja. Einfach noch ein anderer. Da kommt er wieder. Sehr gut mit den Schüssen, Schatz. Weitermachen. Wollen wir grad nachladen, eben. Jan, wo ist jetzt der zweite hin? Hast du den gekriegt, oder was? Ne, hab ich nicht. Ja, weil der kommt doch jetzt hier irgendwo lang. Da unten ist der zweite. Kannst du den sehen, oder was? Manchmal, wenn er rauskommt. Da unten ist der zweite. Da ist der andere. Oh, ganz knapp daneben. Da oben kommt noch einer. Lass den oben erstmal. Ja, der bringt den nämlich um. Sehr geil, Schatz. Sehr geil. Jetzt unten. Hab ich den gekillt? Ja, hast du. Da an der Brücke. Auf uns wird schon wieder gesniped. Wir müssen hier weg. Okay, wohin? Aua. Von da komm's. Von hier. Von da. Ja, von da. Da unten, da unten. Hab ich unten. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Hier zu mir. Kacke, 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 kacke. Au, au, kacke. Komm zu mir. Schatz, wo bist denn du? Ach, da. Hier, hinter den Stein. Hier hinlegen, wo ich bin. Hinlegen. Du stehst neben dem Stein. Der Typ kann dich sehen. Okay, ich sehe überhaupt nicht, wo der Typ ist. Das ist mein Problem gerade. Ah, da oben ist er, der Schneiber. Der alte Schneiber. Hab ihn. Ja? Rüstung gebrochen. Den da oben im Turm. Ja, ich hab ihm die Rüstung gebrochen zumindest. Okay, wir müssen jetzt hier weg, weil das Gas kommt. Hast du noch Platten? Nee. Dann... Nimm nochmal welche. Gehen noch ein Stück höher hier. Die Alters am Keuschen, du. Das klang nah. Ja, Gegner hier drinnen. Die haben sich einen Loadout geholt, schnell hin. Ich bin selber gedowned. Ich bin dumm. Ich weiß nicht, ob da noch einer ist. Der hat nämlich noch gelebt. Dankeschön. Es ist noch einer. Weg da, weg da, weg da. Granate. Oh, das bist du. Okay. Okay. So, was machen wir weg? Holen uns Self-Revives. Schatz. Bisschen Geld für dich, schnell an den Shop und dann müssen wir weiter, weil Gas hinter uns ist. Wo ist denn der Shop? Verdammt. Hier, 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 hier. Bei mir, bei mir. Bei mir. Drangehen und dann nehmen wir die Zipline. Was? Ich habe Self-Revive genommen. Komm. Ja, ja, komm. Wir nehmen die Zipline, meine ich. Ach so. Den Balloon. Sorry. Mir einfach nach. Mir einfach nach. Ich weiß es noch nicht genau. Ist gerade am Rand der Zone. Da müssen wir höllisch aufpassen, weil von der Richtung noch Gegner kommen werden. Und da unten läuft auch schon einer. Ne, das ist mein Schatten. Das ist mein Schatten. Das ist mein Schatten. Weg ist es. Ich habe nichts gesagt. Ich habe meinen Schatten für den Gegner gehalten. Ja, Schatz passiert den besten nämlich an. Ja. So, hier bleiben wir jetzt erstmal. Hier sind wir am Rand der Zone und wir müssen jetzt aber auch nach hinten logischerweise abdecken. Ja, relativ nah bei uns hier kommt eventuell den Hügel hoch. Bleib aber mal da auf deiner Position und nicht guck mal in die Richtung, wo die Schüsse herkamen. Okay, hier ist ein... Ich sehe das für den Nebel nicht, dass er uns nicht trifft, also... Ja. Wir können ja weglaufen, ein Stück. Hier ist einer. So? Unterhalb von mir ist ein Gegner. Hier bei mir. Ab ihn. Du bist tot. Das ging schnell. Rechts von uns scheißen wir drauf. Wir rennen erstmal weiter. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Aber hier ist doch das Loadout. Da stehen die bestimmt jetzt auch rum, oder? Schatz, ich dachte ich was scheißen hab. Ja. Hey, da kommt einer runter. Ja, ja, deswegen. Auf den hat ich geschossen, ey. Seht ihr nicht? Die sind hinten am Shop. Einen hab ich geholt. Truck schon wieder. Die Leute meinen den scheiß Trucks. Okay, hier sind wir ein bisschen Sichtgeschützt zumindest. Gegner bei uns. Gas kommt. Hinein gedowned. Und? Ich weiß, dass Gas kommt. Ja, ich weiß. Ich lauf jetzt ein Stück. Okay, das ist sehr gut. Okay, der eine ist auch tot. Äh, da drüben am Shop... Der hinten ist der, ne? Ja, genau. Wir warten mal mit schießen. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Da ist hier ein Schütz aufgebaut, Schatz. Was hab ich gedrückt? Äh, X. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter rein in die Zone. Guck mal. Gegner bei uns am Haus. Hier am Haus. Oh, im Haus. Fuck. Ah, er hat mich. Scheiße, wie soll der mich... Ach, der kam von hinter mir. Das hab ich nicht verstanden. Das hab ich nicht verstanden. Den Voltivitaminsaft hab ich getötet, den Orangensaft nicht. Scheiße, was hast du denn eigentlich gegen Säfte? Besser nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.